Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 Oh Gott Alter Hilfe Ich wollte keine Knappe treffen Und Hui Okay Ja, nochmal Herzlich willkommen zurück zu bei Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4 Wir sind immer noch auf der Weg Auf den Weg Wir sind immer noch auf der Weg Wir sind immer noch auf den Weg Nach Kellogg Ist da In die Richtung Sind wir überhaupt Oh Gott Okay, damit Schauen wir mal, wann sie da sind Geht auch mit Such nach Hinweisen Das sieht auch gut aus hier Ja Ja, äh Dogmeat Ich möchte da gerne rein Blutige Verbände Ich kann den ganzen Tag warten Bis du dich zeigst Dieser Kellogg macht es uns wirklich nicht einfach Nee, der macht es uns wirklich nicht einfach Oh, hier ein Pilz Okay Irgendwie sieht der den da hinten nicht an Na egal Mal mal, da riecht aus, dass ich den nicht so triggeren tue Hier sind Ach schade, ich dachte, das wären Die, äh Hier so, so Red-Pilze Einmal kurz was Futter hin Oh, nur Ja, geil Oder Ja, wo Dann kommt mal her Alter Ich kann nichts machen Mother of Oh mein Gott Ladies and gentlemen Herzlich willkommen zurück Ich muss einen kleinen Cut setzen Tut mir leid Nur das Problem ist Ich demonstriere das mal Ihr hört es ja vielleicht schon An der Kampfmusik Ich muss mal ganz kurz Das Mikrofon etwas höher machen Oh, Mama Ui, ui, ui Ja, ihr habt das gesehen Ähm Nimm das Hilfe Oh nein Was soll ich denn jetzt machen Da habe ich nichts mehr Das ist mal das Okay Das klappt ja weniger gut Nein, mein Arm ist weg Ich weiß nicht, ob ich dafür zeigte Ich muss erst mal Weg hier Lauf Hilfe Kate Nein, 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 nein Oh 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 Nein, 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 nein Weck, weg, weg, weg Weg, weg Weg, weg Ja, alles okay Ist es Löhliche nicht und ich bin zwar konzentriert die Nein! Okay. Haben sie gleich. Nein! Och nö! Jetzt hab ich mich selber in die Luft gesprengt. Okay, aber die Taktik fahren wir weiter. Voll geil. Okay, wir haben Flammenwerfer. Nimm das. Lauf. Oh. Lauf doch. Geh doch in die Mine. Oh mein Gott. Falsche Waffe. Alter. Krümüne und den... Lauf! Lauf! Komm her. Komm her. Hier. Uiuiuiuiuiui. Fuck you. Hier. Alter. 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 Moment. Dogmeat. Erstmal. Speichern. Da hab ich die andere. Hoppla. Oh. Oh. Und. Wie geht's dir so? Okay. Dogmeat. Jetzt. Warte. Ja. Warte doch mal. Äh. Ich hab nämlich was gehört. Ich hab nämlich was gehört. Das ist irgendwo da. Eine Powerrüstung stehen soll. Und das werden wir natürlich nachgehen. Wow. Oh Gott. Äh. Ich sollte lieber nicht... Ich sollte einfach den Weg nehmen, der hier am einfachsten ist. Und zwar ist das dieser hier. Ja. Die haben wir schon rausgegeben. Den haben wir. Das ist keiner. Kampfhund. Nein. Warte. Muss kurz durchladen. So. Ja. Dogmeat. Wir suchen gleich Killogs. Das gute an Raidern ist ja ein richtig geilen Moneyball. So. Und irgendwo hier soll jetzt eine Powerrüstung rumgammeln. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ach. Schön. Vielleicht hier irgendwie hoch. Hier ist ein Straßenbüro und da ist eine Powerrüstung. Nur wo? Oh. Huch. Da bin ich doch ein bisschen zu weit gelaufen. Da hab ich ehrlich gesagt jetzt nicht mit gerechnet. Gern mal Kanone. Gern mal Kanone. Gern mal Kanone. Okay. Vorsicht. So. Damit er mir nicht auf den Sack gehen kann. Aber wo zur Hölle kam jetzt dieser fucking... Sie hier. Todeskralle her. Na auch schon zacken. Na. Wie werden wir jetzt weitergehen? Dogmeat. Leite uns. Wo führst du uns nur hin? Ich weiß es nicht. Mhm. Alter. Wo geht das denn hier hin bitte? Ich lege diesen Kellog eigenhändig dafür um, dass er uns hier wie die Blöden rumlaufen lässt um ihn zu finden. Joch das sehe ich genauso. Scheiße. Äh. 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 Ich renne natürlich volle Lutsche rein. Gwyneth Stout. Sein Lieblingsbier. Was meinst du Junge? Kannst du uns weiterführen? Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden Junge. Junge. We have to find him. Den bösen Kelloggs, der das Müsli macht. Ja, wo zur Hölle sind wir? Die Richtung. Ich hab das Gefühl, dass das ein bisschen rausgeht. Okay. Dann würde ich sagen, Wolle war mal. Wolle war mal Mitte Kolumbana. Keine Ahnung. Ulter. Wilde Wuhle. Nein, die wollte ich nicht. Die wollte ich. Wer hast du dich drauf? Oh, die haben Patronen dabei. Druckbanken. Müll. Nichts mit. Die Patroni nehme ich gerne. Dortmitte hat die einfach mal alleine gemacht. Ähm... Ah, nehmen wir die hier. Plus drei Radioaktiv. Da drin ist so stark. Und weg. Alter. da. Okay, durch eine ghoul-verseuchte Stadt ist natürlich geil. Ich glaub, das lohnt sich nur langsam. von der Röderweg. Von der Röderweg. Was ist da vorne? Was ist da vorne? Ist da... What the fuck? Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ein Aggressotraum. Sag mir einfach, wohin Kellogg gegangen ist, Blechbüchse. Identität des Angreifers, Kellogg. Wir sind noch auf der richtigen Fährte. Hoffentlich ist es nicht mehr weit. Das ist richtig. Der Traum. Position Quirkhocken. Was du offensichtlich, wir teilen. Nein. Das ist meins. Gierige, du. Okay. Wo kommen wir jetzt wohl hin? Okay, da liegt noch ein toter Bramon. Das heißt nie, was... Das heißt nie, was Gutes. Damit, wo wir uns weinen? Sehe ich eigentlich. Okay, das wäre nur bis dort mitgezeugt. Oh Gott, ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen außerhalb der Karte. Och, nö. Äh, ja. Topmeet. Und ich habe einiges Böses über außerhalb der Karte gehört. Was glitzert denn da? Okay, nur in der Textur. Okay, das geben da mit. Uiuiui. Okay. Okay, da haben wir die... Das war doch diese... Ja, genau. Das ist diese Zwischenstation. Zwischenstation. Die wir mal hatten. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Ich habe das Katschot-Mauspiel-Satt. Also... Ich auch. Wenn ich ehrlich bin. Ich will den Typ eine verpassen. Alter, was ist das denn hier für eine Stadt? Oder vor Ort? Neben. Au. Also, das habe ich mir jetzt mittlerweile angewöhnt. Diese komischen Blähfliegen. Ruhig mit. Warte mal kurz. Was ist das für ein Ort hier? Ich will den... Entdeck den mal. Hilfe! Gott. Komm, lauf in eine militärische Anlage. Geschwag in eine Stadt. In einer militärischen Anlage. Und achte einfach mal nicht auf irgendwelche Minen oder sonst was. Gott. Ja. Ich würde aber auf jeden Fall sagen... Ich hoffe, das passt so mit dem zusammengesetzten Scheiß. Weil ich weiß nämlich nicht, wie viel das war. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao.